Ich möchte in diesem Video ganz kurz erklären, was am 1. Januar 2022 mit Exchange 2016 und 2019 passiert ist. Und ich hoffe, dass Sie es früh genug mitbekommen haben oder wenn Sie es noch nicht mitbekommen haben, dass Sie ganz schnell auf Ihrem Server aktiv werden. Punkt 1, es betrifft nur Exchange 2016 und Exchange 2019 On-Premise-Server. Wer in der Cloud ist oder einen älteren Exchange-Server benutzt, ist nicht betroffen. Aber diese Server können durchaus auch relevant sein, wenn Sie schon in der Cloud sind, über Ihr Mail-Routing weiterhin im Hybrid-Mode über die lokalen Exchange-Server funktioniert. Dann können Sie auch betroffen sein. Die zweite Voraussetzung ist, Sie müssen bei der Installation von Exchange 2016 oder später durch eine Konfiguration den Malware-Agent aktiviert haben. Das heißt, den eingebauten Virenscanner von Exchange, um Mails beim Empfang und beim Transport per SMTP auf Malware zu prüfen. Und Ihr Exchange-Server muss über den Jahreswechsel online gewesen sein, sodass er von Microsoft das neue Pattern-File heruntergeladen konnte. Denn bis zum Dezember hatten die Pattern-Files folgende Nummerierung. 21 für das Jahr 2021, 12. und wegen mir 31. und dann eine laufende Nummer. Welche letzte Nummer ist, weiß ich nicht. Aber am Januar, den ersten, hatte diese Versionsnummer plötzlich 22 für Jahr 2022. 0101 und dann 0001. Und wenn Sie diese Zahl konvertieren möchten in einen Integer, dann werden Sie feststellen, dass ein Integer nicht so hoch sein darf. Das heißt, Microsoft, die Software, hat diesen String zu einem Integer genutzt und dann gesagt, ist die neue Version höher als die bestehende und wenn ja, dann aktualisiere ich. Und diese Konvertierung ist fehlgeschlagen. Das Ergebnis war, die neue Pattern-File war da. Sie wurde auch weiterhin aktualisiert, also 22.0101, 002, 003 bis 009 habe ich gesehen. Aber der Viren-Scanner konnte sie nicht einbinden, weil er keine Versionsnummer hatte. Und das Ergebnis war, dass Exchange diese Mails nicht weitergeroutet hat, sondern gesagt, mach das Viren-Scan, halte ich die Mails an. Sie lagen also in ihrer Submission-Queue. Da liegen vielleicht auch heute noch da. Man konnte das lösen temporär, indem man diesen Scan halt deaktiviert hat. Das ist nach dem Motto, wir scannen nicht und lassen die Mails einfach ungescannt durch. Das kann man machen, wenn Sie davor einen eigenen Viren-Scanner haben oder auch dem Workstation-Viren-Scanner vertrauen. Dann kann man das tolerieren. Aber mittlerweile gibt es von Microsoft, nämlich knapp einen Tag später, ein offizielles Update, um das zu lösen. Wobei es eigentlich kein Update. Es ist ein PowerShell-Skript, was Sie unter dieser URL herunterladen können. Also AKMS Reset Scan Engine Version. Und dieses Skript starten Sie auf dem Exchange-Server in einer administrativen PowerShell. Und dieses Skript beendet ein paar Dienste. Und dann löscht es Dateien. Und zwar diese neueren Pattern-Files, sodass der Viren-Scanner überhaupt keine Version mehr hat. Und als letzten Schritt lädt er ein Update, das letzte Update der Pattern-Files herunter. Und wenn Sie genau nachgucken, diese Version hat dann die 21.12.33.001 oder halt entsprechend höher. Das heißt, Microsoft hat die Software nicht gefixt, sondern hat einfach die Nummerierung der Pattern-Files wieder zurückgedreht. Und deshalb müssen die neueren Versionen quasi einfach gelöscht werden. Und damit funktioniert dann auch Ihr Viren-Scan wieder. Das heißt, wer heute noch das Problem hat, dass ein Exchange-Server keine Mails routet, diese Datei herunterladen, auf dem Exchange-Server das Admin ausführen. Und wenn das hier alles durchläuft, wird er danach alle Mails wieder zustellen, die noch in der Warteschlange sind. Und hier kommt das Problem. Exchange löscht standardmäßig alle Mails, die länger als 48 Stunden nicht zugestellt werden konnten. Und er schickt eine Unzustellbarkeitsmeldung dazu. Das heißt, wenn Sie diese Korrekturen erst am 5. Januar ausführen, dann werden Sie nicht bloß Mails verloren haben, sondern der Absender bekommt auch nicht mehr mehr eine Information darüber. Wir haben jetzt den 3. Januar, schon kurz nach Mitternacht. Das heißt, alle Mails, die am 01.01. um 0 Uhr gekommen sind, werden wahrscheinlich auch schon gelöscht worden sein. Insofern einfach diesen Befehl ausführen. Und wenn Sie fertig sind, dann können wir uns den Rest auch nochmal angucken. Wenn wir nämlich dann Zeit haben, dann können Sie mal den zeitlichen Anlauf, habe ich hier dokumentiert. Das werde ich jetzt nicht einzeln vorlesen. Dieser Download dieser Version kann durchaus etwas länger dauern, weil Microsoft lädt das komplette Paddan-File herunter mit 180 Megabyte. Und da die Server ziemlich überlastet sind, beziehungsweise sehr viele Exchange-Server das machen, kann dieser Download auch mal eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde dauern. Je nach Internetanbindung und welchen Server Sie nutzen. Diese temporären Fixe brauchen Sie eigentlich nicht mehr, weil diese Fixe, wie gesagt, das gibt eine originale Lösung von Microsoft. Betroffen ist nur Exchange 2016, 2019. Und wenn Sie die Auswirkungen nochmal kontrollieren möchten, was gewesen ist, Sie können sehen, dass Ihre Queue leer ist, wenn sie denn leer ist. Und Sie können über das Message-Tracking nachvollziehen, welche Mails betroffen waren. Denn diese A-Mails, die zurückgestellt worden sind, sind mit der Message-ID, mit der Event-ID, Defer entsprechend drin. Sie sehen das also hier, dass sehr viele Mails zu diesem Zeitpunkt den Status Defer und Agent-Indo vorhaben. Das heißt, er wurde zurückgestellt und der Absender bekam eine verzögerte Zustellnachricht. Das heißt, auch wenn Ihre Mails vielleicht schon gelöscht sind, können Sie über das Message-Tracking in der Regel bis zu 30 Tage in die Vergangenheit schauen, von wem kam eine Mail, an wen, mit welchem Betreff. Und über den Weg können Sie vielleicht versuchen, nochmal zu sagen, bitte schickt die Mail nochmal, sie wurden aus Versehen gelöscht. Dann ist der Mail-Verlust nicht so hoch. Wenn Sie da dann vorbei sind, ich habe hier zur Info noch ein paar Seiten, wie ich das analysiert habe. Das heißt, in meinem Exchange-Server bekam ich diese Fehlermeldungen. Und dort sehen Sie auch die Fehlermeldungen, dass Sie den Prozess nicht laden, weil er diesen Wert nicht konvertieren kann zu einem Long-Wert. Naja, ist halt so. Da gibt es halt so ein paar Obergrenzen, die in C++ beim Integer da sind. Und entsprechend sieht man auch weitere Fehlermeldungen, die man auswerten könnte. Das Interessante dabei ist natürlich, wer hat es denn frühzeitig erkannt? Also wir haben es am 1. Januar schon gemerkt, weil unser eigener Server natürlich auch betroffen war und die Warteschlange hat sich aufgelaufen. Unser Monitoring hat Alarm geschlagen, dass die Warteschlangen nicht abgearbeitet werden. Dann hatten wir also diese Vorwarnung dazu. Wir haben auch im Eventlog die Fehler gesehen, die sehr schnell gekommen sind, die plötzlich neu waren, unbekannte Fehler, die sehr regelmäßig kommen. Das ist immer etwas, wo man nachgucken sollte. Wir haben zusätzlich auch eine Mail-Fluss-Probe aktiviert, die quasi jede 10 Minuten eine Test-Mail nach draußen schickt und wieder per Regel zurückkommt. Und dass dieser Roundtrip-Sensor nicht mehr funktioniert hat, haben wir also auch sehr schnell gemerkt. Leider hat das Exchange eingebaute Always-On-Monitoring, das hat leider nicht angeschlagen. Das heißt, hier ist dieser FIP-Service, der Viren-Scanner und auch alle anderen Services waren healthy, auch auf meinem Server. Das hat also nicht wirklich was gebracht. Ich hoffe, das hat ein bisschen was geholfen. Vielleicht gibt es noch mal ein neues Video. Ansonsten die URL hier oben werde ich auch die nächsten paar Tage wahrscheinlich weiter beschreiben. Und ich wünsche Ihnen noch eine aufregende Woche und ein aufregendes Jahr 2022.